herzlich willkommen zu einer weiteren freshen runde hoffe ich zumindest auf der map crossfire im hardcore team das match bei call of duty modern warfare remastered und der ladebildschirm geht unglaublich lange das ist jetzt ungünstig jetzt mach mal hin jetzt geht's ja nicht okay wir sind natürlich als sniper unterwegs oder doch nicht ich war die 36 jetzt werde ich etwas mr burns untypisches tun ich werde jetzt einfach mal auf den gegner zu stürmen und werde ihnen quasi von anfang an penetrieren damit haben die nicht gerechnet so mein gut dem folge ich jetzt erstmal ab dich so der erste kill ist im sack das ist schon mal sehr gut wir raschen jetzt einfach mal hier mit unserem people mit so meiner ist hier keine kläden malzeit ist hier einer so jetzt bin ich doch hier an diesem spot gelandet ist natürlich blöd weil ich keinen snapper gewehr habe aber vielleicht da kommt aber so ein blatt an okay dachte jetzt hier wäre alles voller sniperin muss aber weit gefehlt hier passiert doch gar nichts oder ja wir gucken mal hier nach dem rechten du kann das ja nicht angehen ist da einer okay ist ja noch da knallwärts meine klären aber wir haben die merkt glaube ich ganz gut im oder licht einer okay froh die 7 ist da einer haben wir überhaupt gegner oder weichen die mir jetzt einfach nur aus das kann ich auch sein dass keiner da sehe ich keinen da oben da bist du ja nein okay die drohne könnte euch anhaben das ist überhaupt nicht schlimm irgendwie ich höre auch nichts doch jetzt natürlich was da sein aber verdammt reaktion wie ein stein gehabt aber ist jetzt auch meine erste partie da ist man noch so ein bisschen eingerostet was das angeht da sei so das war jetzt noch nicht so richtig gewinnbringend guck mal ob wir hier oben einen letztendlich haben jetzt ist doch nicht so dieses gerasche was ich mir vorgenommen hatte aha er hatte mehr da dem glaube ich ja nicht da ist keiner nein wir hier noch mal eine clay hin also inzwischen haben die ja so dass die spawn mechanik geändert das heißt eigentlich zum guten wie ich finde das heißt es ist nicht mehr so wildes und die ecke gespawne oder hinter einem spawne sondern das ist schon nicht schlecht also je nachdem wo sich die das team gerade aufhält da wird dann auch gespawnt das ist natürlich schon mal nice aber ich habe immer noch sehr wenig gegner gesehen oder oder ist doch hier alles voll da ist auch noch alles gut leute wo seid ihr denn wo sei ihr da war ganz schlecht geschossen naja während er über den zaum gefallen ist habe ich ihn dann noch mal eben in den hintern geschossen okay da hat einer eine stinkbombe losgelassen hier wird noch nicht gespawnt oh da ist einer mit der ich weiß gar nicht was ist es ich glaube dass diese neue waffe glaube ich xml 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 i don't know hätte ich auch gerne kostet nur unglaublich viele punkte ich möchte eigentlich keine punkte kaufen sondern das erspielen soll ja nicht pay to win sein bis jetzt alle attachments oder sowas die habe ich letztendlich zum größten teil habe ich dir letztendlich aus diesen support lieferungen habt oh oh so die claire ist hoch aber der typ ist auch hochgegangen ich weiß nicht ob ihr letztendlich geld für diese cut points ausgebt am anfang okay ich muss es gestehen am anfang habe ich mir natürlich auch durchaus das war dann irgendwie so ein angebot habe ich mir ein paar punkte gekauft das war glaube ich weiß gar nicht was war das ich glaube ich habe ich 10 euro ausgenehmt ne war das 10 euro ich weiß gar nicht war das 10 euro ich weiß jetzt würde ich nicht aber es waren jetzt nicht irgendwie mehr als 10 war es auf gar keinen fall und da habe ich mir dann in der tat dann auch ein paar kisten geholt aber da hatte ich halt das war halt zu dem zeitpunkt wo es irgendwie auch noch nicht so die neuen waffen und ähnliches gab sondern das waren dann wirklich nur so kosmetische sachen und das ist ja nicht direkt pay to win das ist pay to sie besser aus würde ich jetzt mal sagen jetzt mit diesen waffen die jetzt gekommen sind würde ich schon sagen dass das irgendwie ja auch sehr gute waffen sind auch scheiße wenn ich helikopter das ist nicht gut muss auch ein sniper sein lange wir uns hier im haus aufhalten ist das ja eigentlich gar nicht so verkehrt ja wie gesagt ich weiß nicht ob ihr jetzt nicht auch diese punkte euch gekauft habt oder das letztendlich auch mal erspielt und da ist aber die frage wenn man es erspielt nimmt man dann wenn man mal diese 10 points da zusammen kann man immer nur so eine einfache und einfachen supply drop oder nimmt man dann eher sehr gut oder nimmt man dann die für 30 punkte damit man auch so erbildet und verdammt beschwert tut solche sachen dabei hat naja ich weiß nicht macht das das spiel jetzt kaputt also meines erachtens nicht aber ich glaube das habe ich schon mal im video gesagt mir stört es eigentlich nicht ich habe auch teilweise ganz nett so eine kamo und es werte natürlich so ein bisschen so diese headshots belohnung da ab wobei wenn man so diese klassischen das war es jetzt 25 75 glaube ich und 150 also hier digital blue tiger red tiger durch hat dann gibt es dann ja auch noch mal andere challenges wo dann aber auch nochmal irgendwo coole kamo dann freigeschaltet werden können und naja da arbeite ich jetzt darauf hin und bis dahin nämlich halt das was die supply drops mir dann so quasi dann liefern aber jetzt zurück zu diesem gameplay da hinten liefen dude der wird doch bestimmt da oben gleich irgendwo rausgucken oder da liefer bist du tot da unten hab dich ich finde diese ob vorseite die sind wir so ein bisschen aus wie salamusein wenn ihr wisst wer das ist aber da gehe ich mal von aus ansonsten weiß ich jetzt gar nicht welchen charakter ich spiele ich auf jeden fall spiele ich jetzt gerade einen toten charakter goddamit rotverdomme da ist einer ab dich fernkämpfer da ist güter der scheiß heli die kann man natürlich gut mit so einer rpd runter rotzen aber die habe ich mal unternehmen im start ja bin ich jetzt wirklich gerasht in diesem gameplay ich glaube nicht ich hoffe ja dann doch schon irgendwie an dem selben spot aber ich finde bei hardcore ist das auch ist das glaube ich etwas auch eine andere spielmechanik als in dem normalen modus wobei es hier viele dudes gibt die auch einfach wirklich ab rocken ich kann das nicht leider nicht ich versuch aber wir kommen ja auch auf unsere kills und ich weiß nicht wir verlieren wir verlieren diese schlacht geht es ist einer drin komm auch er ist um die ecke schon gelaufen ok one man down ja wie gesagt also das ist jetzt meine da hat es vielleicht hatchard double kill radar man hier geht es aber ab ab dich hu wie gesagt meine erste partie ich muss erstmal warm werden wo habe ich hin da klar wird glücklich und es kommt eine heli drück mal die daumen aber jetzt bauen die da hinten in dem gebäude war ein kill noch für den hubschrauber komm ein kill noch für den hubschrauber na da ist einer ja jedoch tot alter ok wir haben helikopter aber der counter läuft schon ich weiß nicht ob wir den heli noch aktivieren können wäre ja schon geil aber ich glaube nicht müssen wir jetzt auch nicht mehr sterben sterben so gerne das andere oder ah wir haben verloren und das sogar relativ deutlich naja mein gott das war die erste runde ich hoffe es war trotz allem für euch ein bisschen unterhaltsam vielen dank fürs zuschauen und schaut beim nächsten mal wieder rein machts gut da ist die neue waffe ex emla will ich haben machts gut ciao an 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 Untertitelung des ZDF, 2020